Franjo Puth, ein berühmter deutscher Geschäftsmann, hat in seinem Leben und seiner Karriere viele Ereignisse erlebt. Franjo wurde am 20. Juli 1961 in Viersen, Deutschland, geboren und wuchs in einer Familie mit unternehmerischem Hintergrund auf. Schon in jungen Jahren zeigte er unternehmerisches Talent und den Wunsch, ein Unternehmen zu gründen. Nach Abschluss seiner Ausbildung begann Franjo seine Karriere in der Wirtschaft und etablierte sich schnell in der Branche. Franjo Puth, Leben ist nicht nur für seine erfolgreiche Karriere bekannt, sondern auch für seine schillernde Ehe mit Verona Puth, einer berühmten Schauspielerin und Moderatorin. Verona, geborene Verona Feldbusch, wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien, geboren und wuchs in Hamburg, Deutschland, auf. Sie begann ihre Unterhaltungskarriere bereits in jungen Jahren und wurde schnell zu einem der bekannten Gesichter im deutschen Fernsehen. Franjo und Verona lernten sich Ende der 1990er Jahre kennen und wurden schnell zu einem berühmten Paar. Sie heirateten im Jahr 2000 und bekamen 2003 ihren ersten Sohn, San Diego Puth. Ihr Eheleben erlebte viele Höhen und Tiefen, aber ihre Liebe und Bindung waren immer stark. Während ihres 20-jährigen Zusammenlebens erlebten Franjo und Verona viele unvergessliche gemeinsame Momente. Sie sind nicht nur Ehemann und Ehefrau, sondern auch Begleiter, die sich gegenseitig in ihrer Karriere und ihrem Privatleben stets unterstützen und ermutigen. Doch wie jedes Paar können sie Streit und Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Bewundernswert ist jedoch, dass sie immer Wege finden, diese Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Liebe zueinander aufrecht zu erhalten. Franjo Puth ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein hingebungsvoller Ehemann und Vater. Ihr Sohn San Diego ist erwachsen geworden und ein lebendiger Beweis für die Liebe und das Glück der Familie Puth. Die Anwesenheit von San Diego in ihrem Leben hat viel Freude und Bedeutung gebracht und die Ehe von Franjo und Verona noch stärker gemacht. In den letzten Jahren hat Franjo öffentlich über seine Ehe mit Verona gesprochen. Er gab zu, dass das Eheleben nicht immer rosig war und es schwierige Zeiten gab, aber Liebe und gegenseitiger Respekt brachten sie durch alles. Franjo betont, dass die wichtigsten Dinge in einer Ehe Geduld und die Fähigkeit sind, einander zuzuhören und zu verstehen. Verona Puth teilte Franjo im Rahmen ihrer Unterhaltungskarriere sowie als Ehefrau und Mutter auch ihre Gedanken über das Eheleben mit. Sie versichert, dass Franjos Liebe und Unterstützung die größte Ermutigung in ihrem Leben sei. Verona glaubt immer daran, dass wahre Liebe alle Herausforderungen und Schwierigkeiten überwinden kann. Die Hochzeit von Franjo und Verona Puth ist nicht nur eine romantische Liebesgeschichte, sondern auch ein Beweis für Beharrlichkeit und Beharrlichkeit in der Liebe. Sie haben bewiesen, dass wahre Liebe immer einen Weg finden wird, zu überleben und zu wachsen, egal wie viele Herausforderungen es gibt. Familienwerte und Liebe sind etwas, das beide stets schätzen und bewahren. Heute, nach 20 Jahren Ehe, setzen Franjo und Verona Puth ihre Reise fort und sind ständig auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit im Leben. Sie haben eine glückliche und erfolgreiche Familie aufgebaut und sind für viele andere immer eine Inspiration in Sachen Liebe und Eheleben. Auch wenn sich das Leben verändert und die Zeit vergeht, bewahren Franjo und Verona Puth immer ihre Liebe und Bindung. Sie haben bewiesen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch eine Verpflichtung und die tägliche Anstrengung, sie aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Ihre Ehe ist eine wunderschöne Geschichte von Liebe, Opferbereitschaft und Geduld. Ein Beispiel, dem viele andere Paare folgen können. Franjo Puth und Verona Puth verbrachten 20 glückliche Jahre zusammen, gründeten eine bewundernswerte Familie und überwandten viele Schwierigkeiten, um Liebe und Glück zu bewahren. Ihre Ehe ist ein lebendiger Beweis für wahre Liebe und Ausdauer im Leben. Das Eheleben von Franjo und Verona Puth ist eine lange Reise voller Höhen und Tiefen, Freuden und Herausforderungen. Im Laufe der Jahre haben sie gemeinsam eine glückliche Familie aufgebaut, ihren Sohn in San Diego großgezogen und waren sowohl beruflich als auch privat mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Zu Beginn ihrer Ehe genossen Franjo und Verona süße und romantische Momente. Sie nehmen gemeinsam an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil und teilen Freude und Erfolg in ihrer Karriere. Verona hat als Entertainerin begeisterte Unterstützung von Franjo erhalten, die stets hinter ihren Projekten und Träumen steht. Dies half Verona, Selbstvertrauen zu gewinnen und ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche weiterzuentwickeln. Nicht alles ist einfach. Als Geschäftsmann steht Franjo auch beruflich vor vielen Herausforderungen. Es gab Zeiten, in denen sein Unternehmen auf Schwierigkeiten stieß. Aber er versuchte immer, sie zu überwinden und seinen Geist zu bewahren. Verona war immer seine größte Quelle der Ermutigung, immer an seiner Seite, um ihn bei Schwierigkeiten zu unterstützen und zu teilen. Mit der Zeit werden sie auch mit persönlichen und familiären Problemen konfrontiert. Streit und Konflikte sind in jeder Ehe unvermeidlich. Aber es ist wichtig, dass beide verstehen, dass Liebe und gegenseitiger Respekt die wichtigste Grundlage sind. Sie sind stets bestrebt, alle Konflikte konstruktiv zu lösen und lassen sich von kleinen Konflikten nicht in ihren Gefühlen beeinflussen. Auch Son San Diego ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Schon in jungen Jahren wuchs San Diego in einer warmen und liebevollen familiären Umgebung auf. Franyo und Verona nehmen sich immer Zeit für die Betreuung und Erziehung ihres Sohnes und helfen ihm, sich sowohl körperlich als auch geistig zu entwickeln. San Diego wuchs in der Liebe seiner Eltern auf und wurde ein kindliches und stolzes Kind. Als San Diego erwachsen wird, erkennen Franyo und Verona den Wert von Familie und Liebe immer deutlicher. Sie erkennen, dass gemeinsame Momente, ob glücklich oder schwierig, wertvolle Erinnerungen sind. San Diego zeigt auch Respekt und Liebe gegenüber seinen Eltern und dies ist ein Beweis für ihren Erfolg beim Aufbau einer glücklichen Familie. In den letzten 20 Jahren waren die Leben von Franyo und Verona nicht nur friedliche Tage, sondern auch wertvolle Lektionen über Liebe und Geduld. Sie lernten, Herausforderungen zu meistern, Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Liebe zueinander zu bewahren. Diese Werte haben ihnen geholfen, eine starke und bewundernswerte Ehe aufzubauen. Franyo und Verona verstehen auch, dass der Erfolg in der Ehe nicht nur aus Liebe, sondern auch aus täglicher Anstrengung und Anstrengung resultiert. Sie finden immer Wege, ihre Beziehung zu erneuern, besondere Momente zu schaffen und das Feuer der Liebe am Leben zu erhalten. Dies hilft ihnen nicht nur, glücklich zu bleiben, sondern macht das Leben auch interessanter und sinnvoller. Wenn Franyo und Verona heute auf die Vergangenheit zurückblicken, können sie stolz auf das Erreichte sein. Gemeinsam meisterten sie viele Herausforderungen, gründeten eine glückliche Familie und wurden für viele andere zur Inspiration. Ihre Liebe ist der Beweis dafür, dass wahre Liebe alle Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden kann. Auch in Zukunft werden Franyo und Verona ihre Reise fortsetzen, gemeinsam Neues entdecken und ihre Liebe zueinander bewahren. Sie werden weiterhin Gefährten sein, die sich unter allen Umständen gegenseitig unterstützen und miteinander teilen. Mit den Werten und der Liebe, die sie aufgebaut haben, kann nichts ihre Gefühle erschüttern. Die Hochzeit von Franyo und Verona Puth ist eine wunderschöne Geschichte von Liebe, Geduld und Opferbereitschaft. Sie haben bewiesen, dass wahre Liebe alle Herausforderungen und Schwierigkeiten überwinden kann und dass Ausdauer und tägliche Anstrengung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer glücklichen Ehe sind. Ihre Liebe ist eine Inspiration und ein Beispiel für viele andere Paare und beweist, dass wahres Glück in der Gemeinschaft und im Teilen liegt. Mit jedem neuen Tag schreiben Franyo und Verona ihre Liebesgeschichte weiter, mit Seiten voller Farbe und Bedeutung. Sie werden immer an den Werten festhalten, die ihnen geholfen haben, alle Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Reise mit unerschütterlicher Liebe und Glauben fortsetzen. Ihre Ehe ist nicht nur eine Liebesgeschichte, sondern auch eine inspirierende Reise voller Geduld, Opferbereitschaft und wahrer Liebe. Bemerkenswerte Meilensteine in Franyo Puths Karriere Gründung und Entwicklung Franyo begann seine Geschäftskarriere mit der Gründung von Unternehmen in den Bereichen Werbung und Marketing. Er stellte schnell seine Managementfähigkeiten und seinen strategischen Weitblick unter Beweis. Maxfield GmbH Einer der großen Erfolge von Franyo ist das Unternehmen Maxfield GmbH, das sich auf die Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert hat. Unter Franyos Führung ist Maxfield stark gewachsen und zu einer weithin bekannten Marke geworden. Schwierigkeiten und Herausforderungen Wie jeder Geschäftsmann war Franyo im Laufe seiner Karriere mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Es gab eine Zeit, in der das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geriet, aber Franyo blieb stets beharrlich und arbeitete hart, um diese schwierigen Zeiten zu überwinden. Umstrukturierung und Entwicklung Franyo hat seine Geschäftsstrategie umstrukturiert und erneuert, um sie an den Markt und die Kundenbedürfnisse anzupassen. Dies half ihm, Maxfield und andere Geschäftsprojekte wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Von hintenrum anfangen, weil das, glaube ich, immer wieder Thema ist. Die Kollaboration und der Einsatz von Digitalem. Wie seht ihr beiden das, Micha und Simon? Wie kann kollaboratives Arbeiten digital funktionieren? Ich höre über das sehr gerne den Vortritt, wie du möchtest. Ja, da muss ich einmal nachfragen. Die Frage bezieht sich auf das Arbeiten zwischen den Schülerinnen und Schülern oder auf das Arbeiten der Lehrerinnen und Lehrer? Oder ist es egal? Wahrscheinlich ist es auch egal, ne? Ich mutmaße mal unter den Schülerinnen und Schülern. Vielleicht können wir unterschiedliche Ebenen anreißen. Also erstmal ist es ja unglaublich wichtig, dass man in der Schule sowohl als Lehrperson als auch als Lernende oder als, ja, Lernende sind ja die Lehrpersonen auch, als Schüler oder als Schülerin wirklich kollaborativ arbeitet, weil man ja auch außerhalb der Schule kollaborativ arbeiten muss und weil viele Aufgaben und Probleme so komplex sind, dass man sie einzeln nicht lösen kann, nicht bearbeiten kann. Insofern ist es ganz wichtig. Und man kann das natürlich nicht digital machen. Man kann das sozusagen mit, ja, mit physischen Arbeitsmitteln machen, aber man kann es eben auch mit digitalen Tools machen. Und gerade in dem Moment, also früher, wenn ich so Fortbildung gemacht habe, früher heißt, in der Zeit vor dieser Pandemie, da haben mich dann manchmal Leute gefragt, wenn ich gesagt habe, ja, es gibt hier zum Beispiel ein Etherpad, das ist ein Tool, da kann man gemeinsam einen Text verfassen. Ja, da kann man zu zweit oder zu dritt drin schreiben. Zum Beispiel ein Zoompad ist so ein Anbieter, ist ein Etherpad. Und wenn man, wenn man, da haben mich dann Leute gefragt, auf Fortbildung zum Beispiel so, ja, warum soll ich das denn nutzen, wenn die in einem Raum sitzen? Ja, und dann sagt man, naja, es gibt sicherlich denkbare Szenarien. Und jetzt haben wir eben durch diese Pandemie und durch die Schulschließungen auf einmal die Situation gehabt, dass man eben nicht mehr in einem Raum sitzt, sondern dass man in verschiedenen Räumen sitzt. Und da ist es eben ein unglaublicher Vorteil, wenn man so arbeiten kann, wenn man sozusagen synchron gleichzeitig an einem Dokument arbeiten kann und sich da, ja, einen gemeinsamen Text oder eine Präsentation erstellen kann, vielleicht Kommentare ranschreiben kann, um dann eben am Ende ein gemeinsames Arbeitsprodukt zu haben, so wie wir das jetzt, wenn man jetzt mal auf die Lehrerinnen blickt, auf die Lehrerinnen und Lehrer ja auch machen sollte. Also es macht ja wenig Sinn, wenn ich jemandem, wenn ich meinem Jahrgangsteam eine Mail schicke und sage, bitte schreibt mal in das angehängte Word-Dokument eure...